lass dich durch deine eigenen schatten führen öffne dich für die kraft von lilith das urweibliche das uns alle umgibt und in uns innewohnt was für eine schöne botschaft hey schöne seele mein name ist adriana meiser und ich freue mich dass du dir einen moment zeit nimmst diesen neuesten kosmischen impuls anzuhören und dich so hoffe ich doch davon berühren zu lassen wir sind jetzt in eine dunklere jahreszeit eingetreten und das freut mich wenn du die angst vor der dunkelheit niederlegst und offen wirst für dein eigenes licht viel vergnügen jetzt mit der auf seine so wunderbare art und weise über lilith spricht ich grüße dich du wunderbare seele was für eine freude diesen wunderbaren heiligen moment mir bedeutet hoffe ich dir vermitteln zu dürfen ich bin sarah und mit mir ist lilith und diese wiederum wird in der nächsten zeit ein großes stück näher an dich heranrücken geliebte seele also bereite dich innerlich schon einmal darauf vor dass sich viele bereiche in dir berührt fühlen von dem was im außen geschieht doch deine reaktion darauf eine andere sein wird als bis an hin üblich wer es mit lilith zu tun bekommt dieser urweiblichen sehr kraftvollen energie der beginnt sich wirklich aufrichtig ehrlich und authentisch mit sich selbst auseinanderzusetzen dies wiederum bedeutet dass so manch anteil in dir nun zu grabe getragen wird in der nördlichen hemisphäre sowieso ist jetzt die zeit des niederlegens des in sich kehrens und in gewisser weise auch des sterbens das ist eine wunderbare zeit denn sie bedeutet auch in ihrer letzten konsequenz dass es ein wiedergeboren gibt auf der nächst höheren ebene du kannst du so einfach als eine andere ebene bezeichnen was also auch immer jetzt in dir bereit ist zu sterben sich zu transformieren sich in eine neue ebene zu begeben sei offen für diese tiefe diese transformation und diesen wandel der das für dich bedeutet und wisse du hast eine der absolut besten qualitäten zur seite eine führerin durch die dunkelheit deines eigenen selbst unter umständen die es nicht besser sein machen geben könnte diese urweibliche kraft wird dir die möglichkeit geben im schatten des eigenen seins dein licht zu erkennen sie unterstützt dich darin die angst vor deiner urkraft zu verlieren sprich sie so zu integrieren dass sie ihren wahren wert entfalten kann nämlich dich zu behüten zu bewahren gegebenenfalls zu warnen und eben mit dir freundschaftlich verbunden zu sein das leben ist ein auf und ab ein geboren werden und sterben dort dazwischen ist das lebendige leben und du bist zeuge von diesem leben also lass die dinge in dir sterben die jetzt zu grabe getragen werden möchten die anteile die aspekte die charakterzüge und die lebenssituationen die du nicht länger wünschst und lass dich von lilith durch dieses tal des dunklen des erlösenden des heilenden des sterbenden führen denn lilith führt ins leben ich bin so schon mal und ich gehe mit dir diesen weg du bist bereit ich danke dir